Bei dem schönen Wetter saßen aber alle draußen. Die Schlange an der Essensausgabe war lang wie ein Tatzelwurm gewesen, weswegen Irmi aufs Essen verzichtet hatte. Nun saß sie am Tisch, trank ihr kühles Bier und wunderte sich über sich selbst. Sie hatte gemacht, was sie seit Jahrzehnten nicht mehr gemacht hatte, einen Familienausflug. Diesmal allerdings mit der neuen Familie. Ihrem Bruder Bernhard und ihrer Schwägerin Sophia. Deren ungarische Landsmännin Ildiko arbeitete in Steingaden und weil Sophia am 1. Mai Geburtstag hatte, wurde das Maibaumaufstellen in Ursprung zum Anlass für eine kleine Fete genommen. Sophia hatte wie immer ein Dirndl an, das all ihre Vorzüge nach oben presste. Auch Ildiko und deren bayerischer Mann waren in Tracht gekommen. Irmi hingegen hasste Dirndl, zumindest an sich selbst, und Bernhard trug Lederhosen nur bei hochoffiziellen Anlässen. In der heutigen Konstellation fühlte sich Irmi als fünftes Rat am Pärchenwagen, aber sie hatte die Einladung ihrer Schwägerin nicht ablehnen wollen, die seit Irmis Auszug vom Bauernhof ein schlechtes Gewissen hatte. Sie prostete Bernhard zu und ließ ihren Blick über die Löwenzahnwiese schweifen. Ganz schön unsportlich befand sie, das Traditionsstangerl mit einem Kranwagen aufzustellen. Aber gerade sie als Polizistin wusste, dass Haftungsfragen immer gravierender wurden. Sie steuerten allmählich auf amerikanische Verhältnisse zu. Maibäume brauchten eine Haftpflichtversicherung und ein Sachverständiger musste einmal jährlich den Zustand des Baumes prüfen. Auch Maibäume waren Opfer von Bürokratie und Paragrafenflut geworden. Und weil das Aufstellen mit Schwalben und purer Muskelkraft weit mehr Gefahren in sich barg, griffen immer mehr Vereine zum Kran. Denn so mancher Vereinsvorsitzende, der sich zum Aufstellen verpflichtet hatte, wollte die Haftung nicht übernehmen. Inzwischen ging das so weit, dass bisweilen Bäume aus Alu und Stahl aufgestellt wurden, die dann für 15 Jahre als sicher galten. Es geht dahin mit Bayern, dachte Irmi. Am Nebentisch saßen ein Ehepaar und ein einzelner Mann, der einen Schäferhund dabei hatte. Ein hypernervöses Tier, das in einer Tonlage pfiff, die nicht zu einem ausgewachsenen Rüden passen wollte. Ach, der Arasso hatte ein so schweres Leben, erklärte der Besitzer seinen Tischnachbarn. Ach was, der Arme, flötete die Frau, die ihm gegenüber saß. Wie alt ist er denn? Drei. Und wie lange haben Sie ihn schon? Drei Jahre. Irmi fing Bernhards Blick auf. Sie grinste in sich hinein. Ein Züchter, der nur auf Aggression züchtet, fuhr der Schäferhundbesitzer fort. Der Vater und die Mutter kommen beide aus einer solchen Linie. Gell, Rassso? Warum hast du denn den gekauft? Gab er da andere Züchter? brummte Bernhardt so laut, dass Irmi ihn hören konnte, der Mann am Nachbartisch nicht. Inzwischen hatten sie den Maibarm angehängt und die Frau am Nachbartisch jubilierte. Ach, nun haben Sie den Bulldozer angeschlossen, rief sie. Irmi's Amisement nahm zu. Der Ausflug war doch gar keine so schlechte Idee für den 1. Mai gewesen. Wir wohnen ja seit 30 Jahren am Ammersee, tirillierte die Frau. Ihr astreines Hochdeutsch deutete auf den Raum Hannover hin. Aber da ist es ja immer so voll im Sommer. Deshalb fahren wir gerne mal aufs Land. Hier ist die Bevölkerung so urwüchsig. Die Kinder im Dirndl und der ledernen Hose zum Wegfressen. 30 Jahre in Bayern. Und da weißt du nicht, was ein Bulldozer ist und was ein Bulldog. Lederne Hose, na merci, kam es von Bernhardt. Schon etwas lauter, aber immer noch nur für Irmi's Ohren bestimmt. Ich habe das auch schon einmal gesehen, dass der Baum mit solchen Stechstangen aufgestellt wurde. meinte der Ehemann der Hochdeutschen, der sich nun wohl auch einbringen wollte. Jetzt passt's einmal auf. Das heißt Schweiberl, weil die aussehen wie Schwalbenschwänze. Oder Gorsen, zwingster Ähnlichkeit mit den Hörnern vom Gorsbock. Inzwischen hatte sich Bernhardt umgedreht und starrte die Tischnachbarn an. Ach was, und das geht? Der Baum hat doch sicher ein paar hundert Kilogramm, meinte die Hochdeutsche. 1,5 Tonnen schwer. Das erste Drittel und das letzte, wenn der Baum schon mehr in der senkrechten ist, geht gut. Aber das mittlere Drittel, das hat's in sich. Das ist das erste Drittel. Bauch. Noten Sie. Untertitel.